Ich hab hier einen persönlichen Favoritin. Wenn ja, dann benutzt euer Telefon. Genau, wenn ihr aus Deutschland anruft, dann wählt bitte die 01379 8090. Und jetzt wird's wichtig, die Startnummer eures Favoriten hinten dran. Wenn ihr aus Österreich anruft, dann wählt bitte 082613 13 und danach die zweistellige Startnummer eures Favoriten. Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, dann keine Panik, im Internet findet ihr noch so einiges Wissenswertes über die Kiddy Contest Show. Unter www.kiddycontest.com Oder ihr schaut auf www.togo.de Oder ihr schaut auf konfetti.orf.at Ja, und das war's noch lange nicht, denn es gibt noch eine Teletext-Seite. Bei Super RTL ist es die Seite 393. Und beim ORF die Seite 706. So, damit hätten wir jetzt fast, fast, fast alle Vorbereitungen getroffen. Wie, warum denn nur fast alle Vorbereitungen? Der Countdown. Oh, natürlich, der Countdown. Der große Countdown auf dem Beginn der TED-Abstimmung. Ist das Publikum bereit? Wie sieht es bei den Finalisten aus? Seid ihr bereit? Ja! Ähm, sind die Soundeffekte bereit? Ja, dann? Würde ich sagen, sind die Leitungen jetzt offen? Nein, der Countdown. Wir sind jetzt nur bereit für den Countdown. Wir sind bereit für den Countdown. Ich bin viel zu schnell. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Neun. Jetzt darfst du es sagen. Jetzt darf ich, jetzt darf ich. Die Leitungen sind jetzt offen. Ruf dann, wählt mit und bestimmt den Sieger des Kiddy Contes 2005. Und ich hol jetzt, ah, da kommen sie schon freiwillig. Das ist gut, denn eine allerletzte Entscheidungshilfe könnte nicht schaden. Bitte sagt doch noch einmal euren Fans, warum sie gerade euch anrufen sollten. Kim, bitte. Äh, Lisa, bitte. Wenn mein Minus ein Plus werden soll, dann wählt bitte die 0,1. Nicole mit der Startnummer 0,2. Und wenn meine Aufbauenergie verschwinden soll, dann wählt bitte für mich die 0,2. Sebastian mit Gitarristen. Wenn ihr mich cool gefunden habt, dann wählt bitte die 0,3. Viktoria mit ein Zoo in meinem Zimmer. Wenn ihr meinen Zoo super findet, dann ruft bitte Superoffice für mich an. Mit der 0,4. Selina, sieben Wünsche. Wenn ihr wollt, dass meine sieben Wünsche in Erfüllung gehen, wählt die 0,5. Oh. Unser Duo Joachim und Andrea mit Donnerwetter. Wenn ihr unser Donnerwetter cool fandet, dann wählt so oft wie möglich die 0,6. Vera, zerstritten. Wenn euch mein Lied am besten gefallen hat, dann ruft bitte ganz, ganz aufzüglich an. 0,7. Und wir kommen zu Todor mit Blumenkohl. Wenn ich Blumenkohl probieren soll, dann ruft so oft wie mich an 0,8. Carolina sang den Vokabelstau. Wenn ihr euch an meinem Vokabelstau erfreut habt, dann ruft bitte die 0,9 an. Und noch die Kim mit alle verknallt. Verknallt ist doch irgendwann mal jeder. Aber wenn ihr mich ganz gut findet, dann ruft doch bitte mit der N-Ziffer 10 an. Danke. Ruft an. Bleibt dran. In 25 Minuten geht's weiter. Ja, und da freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast, den ihr heute schon auf dieser Bühne gesehen habt. Jeanette Midband wird hier live auftreten. Und natürlich werden wir erfahren, wer den Kiddy Contest gewonnen hat. Also ein letztes Mal. Alle gemeinsam. Bleibt dran. Am Kiddy. Am Kiddy. Ich bin China. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ok. Bis zum nächsten Mal.